Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf das Xiaomi Handy Redmi Note 13 mit 256 GB Speicher, das derzeit auf Amazon erhältlich ist. Dieses Smartphone hat bereits viel Aufmerksamkeit erregt und ich werde euch zeigen, warum es so besonders ist. Beginnen wir mit dem Display. Das Redmi Note 13 verfügt über ein beeindruckendes 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz. Das bedeutet, dass Videos und Spiele unglaublich flüssig und störungsfrei aussehen. Die FHD Plus Auflösung sorgt dafür, dass alle Inhalte gestochen scharf dargestellt werden. Ein weiteres Highlight ist die Kamera. Das Redmi Note 13 ist mit einem erstklassigen Kameraset ausgestattet, angeführt von einem beeindruckenden Hauptsensor mit bis zu 108 MP. Diese Kombination ermöglicht es, scharfe Bilder auch bei Aufnahmen aus der Ferne zu machen und bis zum Dreifachen bei minimalem Qualitätsverlust heranzuzoomen. Unter der Haube finden wir den Snapdragon 685 Prozessor, der mit seiner fortschrittlichen 6nm Konstruktion die Effizienz und Leistung verbessert. Egal ob komplexe Anwendungen oder anspruchsvolle Spiele, dieses Smartphone meistert alles mit Leichtigkeit. Der Akku des Redmi Note 13 ist ebenfalls beeindruckend. Mit einer Kapazität von 5000 mAh und einer Ladekapazität von 33W haben Sie genug Strom für den ganzen Tag und müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass der Akku leer wird. Das Design des Redmi Note 13 ist ein echter Hingucker. Mit seinem schmalen Rahmen fühlt es sich wie ein Juwel in Ihren Händen an und verleiht ihm Stiel. Nun, wie schneidet das Redmi Note 13 im Vergleich zu ähnlichen Produkten ab? Im Vergleich zu teureren Modellen wie den Samsung Galaxy Geräten bietet das Redmi Note 13 eine ähnliche, wenn nicht sogar bessere Leistung zu einem Bruchteil des Preises. Viele Nutzer sind begeistert. Danio 88 schreibt, das Telefon war für meinen Sohn gedacht. Die Kamera macht einiges her und das Telefon ist wirklich flott. Der Ladezyklus ist extrem schnell abgeschlossen und das Handy sieht nicht nur toll aus, sondern erfüllt im Alltag absolut seinen Zweck. Bei dem Preis ist das Ganze regelrecht rekordverdächtig. Crunchdug fügt hinzu. Ich hatte bis jetzt ausschließlich teure Galaxies von Samsung. Das Redmi Note ist mindestens gleich gut, wenn nicht teilweise sogar besser. Fotoqualität perfekt. Dreifach Zoom reicht im Alltag. Akku mit 5000 mAh hält ewig und hat auch Schnellladefunktion. Klare Empfehlung. Natürlich gibt es auch einige Kritikpunkte. Andreas Wolf bemerkt, Bedienung gegenüber Samsung Handys etwas schwierig. Sehr viel Werbung und Sprachassistenz sehr nervig, reagiert auf jedes gesprochene Wort. Deaktivierung bis jetzt nicht gefunden. Ansonsten aber gutes Handy mit langer Akkulaufzeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Xiaomi Redmi Note 13 ein hervorragendes Smartphone ist, das eine beeindruckende Leistung, eine großartige Kamera und ein stilvolles Design zu einem unschlagbaren Preis bietet. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Smartphone sind, das Ihr Budget nicht sprengt, dann ist das Redmi Note 13 definitiv eine Überlegung wert. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um es auf Amazon zu kaufen und profitieren Sie von diesem großartigen Angebot. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ska Vielen Dank.